Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge YouTubers Live 1. Ja, wir machen direkt weiter. Ich erinnere mich jetzt, als ich zurück in mein Zimmer kam, entschied ich mich, es umzugestalten. Klick auf den PC, klick auf den Dekoshop, mach mal. Achso, ich muss mal hier unten auch fortfahren klicken. Na dann, was wollte der jetzt? Dekoshop. Der da. Idea. Geil. War und ist der beste Laden, um Deko zu kaufen. Manche Karten waren in Objekten versteckt und die musste ich finden. Okay, was kaufen wir denn? Wie viel haben wir? 103. Ähm. Ähm. Ein Ventilator. Wir haben ein Ventilator. Wann kommt der an? Ey, der ist schon wieder müde. Der hat doch die ganze Zeit gepennt? Dann pennen wir halt nochmal. Neue Karten warten. Ah, 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 ich seh. Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, alles klar enttäuschung ja das kennt man bei manchen spielen hol dir ein neues videospiel kann ich jetzt nicht kein geld neues gaming video mittel also das hier erste mal machen weiter ja machen wir gleich mit dem freischalten wir machen wir das hier äh das da nein wir bleiben dabei das da was das das und das rendern akzeptieren hochladen ja spenden du hast zwei zusätzliche auslauberung durch drei neue einrichtung durch 600 grad freigestellus 22 neue kleidung steht das wichtigste kleidung wir können ja mal gucken klamotten kauf basic hafa ja hier ja nie ich brauche neues videospiel ich wollte mir eins kaufen hallo counter-streak geile last lightning nee wir kaufen erst mal das hier das reicht erst mal aus im studentenleben lernen alter 2300 abonnenten hallöchen ähm essen oh nein mama was denn jetzt du hast eine ganze menge dieser woche gelernt herzlichen glück und mach weiter so ok was bekomme ich ja hier erst mal was essen die ersten eindrücke sind immer wichtig bestimmt geh auf die messe stimmt da war ja was was habe ich denn jetzt abgeschlossen ah ok ähm game world ticket ach scheiße ich brauche schon wieder geld arbeiten arbeiten ja der ist schon wieder müde wir holen aber ganz kurz das ticket schlafen ja 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 oh oh ja ja ein daumen nach unten was soll das wer war das die erste eindrücke zählt also weißt du was du zu tun hast hau deine abonnenten mit einem guten anzocker video aus den socken welches habe ich neu geholt ich glaube das hier noch ja bleibt alles so bleibt so das da hey wer ist da im hintergrund ich sehe das ganz genau genau ist bestimmt wieder Mama und das da ich weiß nicht was das hier mit den pfeilen zu bedeuten hat akzeptieren hochladen hey jetzt ist die person weg du hörst im internet du stellst fest dass der ton in deinem zuletzt hochgeladen video an einer stelle schlecht ist es fällt nicht sehr auf und es wird ziemlich viel zeit kosten das zu beheben was tust du passt schon egal ich habe noch nicht so viel zeug hier ähm lernen ich habe aber hä was macht denn der jetzt hä die note dein oh geil was kriege ich Mama hallo Mama 25 Mäuse geil aufrüsten mir schина hinten ähm im 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 Webcam haben wir auch. Ja... Ja... Gute Anzug. Ja, das wird ja jetzt hochgeladen. Wow! Jeder lädt heutzutage Videos hoch. Wenn das so weiter geht, wird meine Großmutter noch YouTuberin. Sollte sie... Geil. Neue Karten verfügbar. Da. Philosophischer Kommentar. Alles klar. Ähm... Ja... Wir gehen erstmal eine Runde lernen. Sonst wird Mama wieder stinkig. Alter, was ist das sehe ich jetzt erst? Was ist denn das hier hinten für ein Raum? Das ist nicht mal ein Raum. Geil. Was ist... Das ist geil. So hier. Das ist ein Bad. Das ist mein Zimmer. Im Sommer. Ich mache das Fenster auf. Die waren Kacken. Die waren Kacken. Und es stinkt einfach nur. Aber egal. Toll. Ich feiere sowas. So eine Hinterhöfe, wo du hier die Wäscheleine von Fenster zu Fenster hast. Über den Amis. Über den Amis. Ähm... Wir gucken mal ganz kurz. Und... Welches Spiel wird denn hier... Counter-Strike? Da machen wir tatsächlich geil... Geil. Gleich ein Let's Play dazu. Aufnahme starten. Weiter. Da. Mh... 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 Das da. Mh... 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 Öhm... Wir nehmen einfach mal das hier. Mh... Dann nehmen wir das dazu. Mh... Mh... Und das da. So, so, so und so. Ländern. Akzeptieren. Neuer Rekord. Hochladen. Hallo, Eik. Anlässlich deiner ersten 100 Abonnenten möchten wir dich auf YouTube willkommen heißen. Oh, um dir eine Geschenkarte über 15 Euro schenken, damit du ein wenig in Werbung investieren oder bei einem beliebten Online-Shop einkaufen kannst. Wir wünschen dir viel Glück und ermutigen dich dazu, weitere Inhalte für unsere Plattform zu stellen. Immer. Hallo, mein Computer ist kaputt gegangen und ich kann eines meiner Videos nicht bearbeiten. Ich habe aber gehört, dass du darin ziemlich gut sein sollst. Könntest du es für mich hochladen? Ich werde dir das Spiel später zuschicken. Okay. Zwei Tage noch, dann ist die Messe. Ähm. Tü, 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 tü. Ähm. Ähm. Ach, der geht essen. Ach so. Das haben wir schon. Haben wir alles schon gemacht? Oh, hi Mama. Was? Die Schule hat angerufen und mir gesagt, dass du schon eine Menge in dieser Woche verpasst. Lass den Computer mal in der Ecke stehen und lerne. Ja. 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 Lernen. Das Drachenspiel gab's. Aber ich soll das doch nur schneiden? Warum auf einmal? Hä? Hä? Welches hab ich denn jetzt von dir bekommen? Ähm. Scheiße. Fuck. Broken Roads. Okay. Ja, ja, gleich, gleich, gleich. Broken Roads. Das da. Ganz schnell. Passt so. Passt so. Das da. Okay. Okay. Ähm. Das da. Das da. Das da. So. 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 Rendern. Akzeptieren. Hochladen. Die Frau, die in deinem letzten Video aufgetaucht ist, war deine Mutter. Bist du etwa ein Muttersöhnchen, das noch bei Mami wohnt? Na klar. Was wollt ihr von mir? Was? Was? Ne, wir bleiben dabei. Zum Event gehen. Ich kann ja nicht nackig dahin gehen. YouTubers Live OMG. Errungenschaft, freigeschaltene. Ich brauch da, ich brauch die Game Roads. Wo bin ich denn? Profil ansehen. Level 11. Aha. Wo bin ich denn überhaupt? Ach da. Äh. Ja komm, wir quatschen mal mit dem. Äh. Dein Level ist zu gering. Was? 100.000 Follower. Äh. Hier. Ich hab gelesen, dass Planet Wirks Color 2 uns alle überraschen wird. Ich kann's nicht abwarten, bis es rauskommt. Blablabla. Blablabla. Ich mach mir nichts aus Mode. Blablabla. Okay. Oha. Ich kann dir nicht helfen, ich bin kein Sänger. Oha. Nein. Über Videospiele reden. Über Leute reden. Blablabla. Äh. Bla 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 bla. Äh. Wer ist das? Okay. Äh. Ähm. Über's Ausgehen reden. Blablabla. Habla. Blablabla. Ah ja, 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 ja. Warte mal. Yes. Okay. Okay, okay, okay. Da ist ein Mädel. Social kochen. Oha. Kann man die ins Minus gehen? Äh. Kurse. Okay. Alter, was ist denn mit der los? Alter, nee, geh mal weg jetzt. Was bist du? Die da sieht hübsch aus. Mode. Okay. So. Äh. Du willst Mutti-Youtuber werden? Dazu muss man zunächst einmal wissen, wie man sich schick anzieht. Deine Kleidung allerdings... Äh. Pass mal auf Mädel. Äh. Ohne Kleidung sehe ich besser aus. Äh. Äh. Mal anders. Über die Yacht reden, ne? Äh. Weißt du, wo die Yacht ist? Ich habe schon in mehreren Videos eine gesehen, aber ich bin schon länger hier und kann sie nicht finden, ne? Äh. Was für eine Yacht. Ähm. Nein, 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 nein. Aber ey, wir sind... Oha! 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 Welche bei deinem, bei einem deiner Spiele? Ah. Okay. Kochung. Gaming. Oh, eine Gamerin. Entschuldigung. Ich kann es kaum erwarten, die neue Konsole von Microsoft zu sehen. Ja, nicht nur du, ich auch. Warte mal, die kenne ich ja schon. Okay. Lass mal hier eine Runde spielen. Keine Ahnung, was ich da jetzt machen muss. Äh, press any button to start. Ah. Alter. Höh. Was? Au. 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 Okay, das ist genug. Ich geh jetzt. Nein, ich will noch was kaufen. Nein, ich wollte noch was kaufen. Äh, fantastisch. Das Video ist perfekt. Hoffen wir nur, dass es bei meinen Zuschauern auch so gut ankommt. Danke, Eik. Glückwunsch, du hast, was? Du bist der 777. Besucher in unserem Online-Store. Lies weiter und hol dir deinen sensationellen Gewinn. Reden. Reden. Äh, wir hatten eine tolle Zeit auf der Masse, Eik. Ich wollte dich... Moment, äh, okay. Ich wollte dich, äh, fragen, ob du mein Mitbewohner werden willst. Die Wohnung hat ein viel größeres Zimmer, das viel besser zu deinen Aufgaben passt. Was ist denn jetzt hier unten los? Ah. Ähm, okay. Äh, du musst zwei Monate im Fonds zahlen. Äh, äh, 160. Pack deine Sachen, sobald du das Geld hast. Muss ich ausziehen? Aktuell bin ich noch zufrieden mit dem Zimmer. Es sah so aus, als wäre es in der Zeit, eine eigene Bude zu finden. Ich könnte die Wohnung, die meine Freundin gefunden hat, durch die Tür meines Zimmers ausführen. Ja, nee. Warte mal. Ich muss das erste Mal... Ich muss das erste Mal lernen. Hallo? Ich muss da jetzt hin. Oha. So, aber wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr da lasst einen Daumen nach oben da, der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann, bleibt uns spannend. Nächsten Tag und bye, bye. 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 Bye.